Andreas, welche Funktionen hast du im RTV? Ja, das ist manchmal nicht einfach zu beschreiben, aber eigentlich bin ich nur Handballtrainer. Wie lange bist du im RTV? Also da muss ich immer überlegen. Ich bin eigentlich, denke ich mal, so seit 98 im Verein. Rolle vorwärts oder 10 Wiegestütz? 10 Wiegestütz. Begründung zeigst du gleich, oder? Trankst du lieber mit deiner Frau abends oder gehst du zum Handballtraining? Die Frage beantworte ich nicht. Sagt du Pauli oder HSV? Total schwierig, weil ich eigentlich HSV-Fan gewesen wäre. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch nicht mag ich zu Verein nicht. Worauf freust du dich nach Corona am meisten? Dass man endlich mal wieder in die Halle gehen kann und Handball spielen kann. Also ich glaube, das vermissen wir alle. Und das ist im Moment total kompliziert. und einfach fast anfangen wir ab. Bis bald! store Und zum nächsten Mal. những